Geschafft! Hallo ihr Lieben, heute vor meinem Kasten, vor meinem Schrank und zwar möchte ich diesmal euch eine Challenge auferlegen und zwar dieselbe, die ich mir selbst dieses Jahr auferlegt habe und zwar den 21-Item-Toss das bedeutet 21 Dinge, die ich in meinem Kasten finde, die gespendet werden oder verschenkt werden weil ich finde, dass ich sowieso viel zu viele Sachen habe und manche Sachen nicht mal anziehe und einige Teile effektiv das ganze Jahr im Schrank hängen, ohne dass ich sie auch nur einmal angegriffen habe und deswegen neuer Vorsatz für 2018 wir werden ein paar Sachen los und dadurch, dass wir sowieso umbauen, ist das der perfekte Zeitpunkt also ich suche jetzt mal 21 Dinge, die ich gerne spenden möchte wenn es mehr werden, werden es mehr aber wir versuchen es einfach mal Kochjacke! Oh mein Gott! Ich bin Hotel Fachfrau gelernte und das war meine Kochjacke Die wird sowas von gespendet Zwei! Oh, das ist so süß! Weg damit! Ich habe schon ewig nicht mehr angehabt und es passt mir auch gar nicht Zahra Der ist voll hässlich Fünf Ein weißer Horn im Bläser Overlink Super schür! Super schür! Zwei! Ein weißer Bademantel Nie benutzt! Sieben! Ein orangener Bademantel Nie benutzt! Ah! Das kann ich natürlich nicht wegwerfen Das ist mein Hochzeitsplan Das kann ich natürlich nicht wegwerfen So! Eine Jeansjacke Ist das noch modern? Zwölf Hose 21 Huh! Ich werde es noch weiter schauen Ob es noch mehr werden Und werde ich dann Das Ergebnis zeigen Also Ran an den Kasten 21 Teile suchen Das war mein erster Huli Den ich selbst genäht habe Mit einer voll coolen Kapuze Den gebe ich nicht weg Das habe ich auch selbst genäht Das ist jetzt nicht gebügelt Aber Das habe ich auch selbst gemacht Das ist gar nicht so schlimm Der Pulli War mein Lieblings Pulli Aber ich habe ihn seit zwei Jahren nicht mehr angehabt Weg damit Weg damit Weg damit Ich werde jetzt meinen Riesen Riesen Perch Pal zeigen Das ist riesig Riesig Das ist er! Dieses blaue Teil Das ist er So viel So viel Werden wir heute spenden So viele Sachen sind da drin Und dieses Teil hier Danke, dass ihr heute dabei wart Ich hoffe, ihr findet auch noch 21 oder mehr Teile Die ihr heute loswerden und spenden könnt Am besten an eine gemeinnützige Einrichtung Wir werden es wahrscheinlich an die Caritas oder Humana verschenken Wir haben hier in der Nähe einen Abgabeort Und Ja Ich fühle mich ein bisschen Freier Es ist einfach mal weniger in meinem Kasten Und im neuen Kasten wird auch nicht so viel Zeug sein Vor allem Dinge, die einfach nur Staub ansetzen Und unnötig Platz verschwenden Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Und hat euch inspiriert auch selber was zu spenden und was loszuwerden Wenn ja, macht ein Foto und lasst es unten in den Kommentaren Und zeigt, wie groß euer Spendenberg ist Happy Ausmisten! Bis dann! Tschüss!